Da musst du jeden Morgen einen halben Liter Milch trinken. Zur Lehre, zur Lehrzeit. Unser Ausbilder, der hat uns immer eine Flasche Milch da hingestellt. Wovon man träumt den Speckmann. Das haben die gehilfen, die haben das gesagt. Wir haben da eine Flasche Bier da irgendwo da stehen. Aber wir mussten ein Milch. Man sieht es, man sieht es. Unglaublich. Aber ist alles aussterbende Technik. Aus Lehrling Rebocca und man hat so... Ja, ja, ja. Aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Oh, oder? Ja, ja. Kann man sich das einmal genauer... Ja, ja. Ja, ja. Einmal. Ja, ich bin jetzt dabei, dass ich mir habe. Okay. 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 Ah ja. Ja. Online? Online? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020